Hallo, hier ist wieder der XI mit einem kleinen Nebenprojekt. Ihr lest den Titel schon. Dieses kleine Nebenprojekt nennt sich NES Random Race, wenn ich es gerade richtig sage. Ein weiteres Race von OsomaLP und wie der Name schon sagt geht es dabei darum, zufällig ausgewählte NES-Spiele bis zu einem gewissen Punkt zu spielen. Es gibt dabei 51 Aufgaben, die hier zu... äh, von denen 10 zu bewältigen sind. Die erste Aufgabe, die ich per Zufall gezogen habe, ist Castlevania 1 und hier muss ich das erste Level durchspielen. Das sollte ja im Bereich des Möglichen liegen. Hoffe ich zumindest. Die Aufgabe ist geschafft, sobald der Boss erledigt ist. Großes Problem hierbei. Ich erinnere mich nicht mehr vollständig an alles hier. Und für die ganzen Aufgaben... Spiele, die wir überhaupt nicht kennen, dürfen wir maximal anspielen. Aber wir dürfen nicht üben. Das heißt, alles was ich hier in den Aufgaben mache, das... ...entsteht ohne größere Übung. Dementsprechend kann das natürlich nur gut werden. Denn ohne Übung spiele ich natürlich immer perfekt. Na, komm schon. Ich meine, das hier ist ja immer nur eine der einfacheren Aufgaben. Nicht nur Herzen, ich bräuchte eine Waffe. Eine ganz bestimmte, die mir hier gleich sehr helfen würde. Ah, perfekt. Komm schon. Nein. Ah, da haben wir sie. So, wenn ich benutze. Genau. 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 Und erledigt. So. Gut. Das Regelvideo findet ihr in der Beschreibung. Und damit endet schon mein erster Beitrag. Bis morgen zum nächsten. Ich bin Xie. Bis dann. Tschau. 40. 46. 47. 40.